Jetzt habe ich hier noch einen anderen Modus, den ich auch ziemlich cool finde an diesem Effektgerät, an diesem Spring Reverb, dass der innerhalb verzerrt und versucht harmonische Verzerrung nach oben zu bringen. Das heißt, wir hören jetzt so harmonischen Gesang praktisch. Ich spiele die Note C. Hört ihr, wie super viele Ebenen dieser Klang bekommen hat? Was ich euch jetzt hiermit zeigen wollte, ist, dass man mit einer Kombination von zwei, drei Sachen eine riesen Welt erschaffen kann.